Bist du es dir wert, Millionär zu werden, zu sein, besser gesagt, denn du musst zuerst sein, bevor du es hinaus werden kannst. Spür in dich hinein jetzt, ob du wirklich Millionär sein willst oder vielleicht sind deine Programmierungen, deine Blockaden so groß, deine Konditionierung, dass du dir gar nicht wert bist, Millionär zu sein? Denn glaubst du, dass du gewonnen bist, um hier im Handel zu leben, arbeiten zu gehen, dieses System zu bedienen? Glaubst du das? Oder spürst du vielleicht etwas ganz anderes in dir? Wo du sagst, nein, ich bin mir wert, wirklich frei zu sein, die absolute Freiheit zu mir, meinen Traum, meine Berufung, das, was mich ruft, um so nicht mehr zu arbeiten. Spür in dich hinein, ob du wirklich bereit bist, du dir wert bist, wirklich Millionär zu sein. Denn ich kann dir das sagen. Du bist gehirngewaschen, du bist unprogrammiert. Und dir wurde gesagt, dass du das nicht wert bist, dass du mit 1.000 Euro, mit 2.000 Euro zufrieden sein sollst. Aber das ist Sklaverei. Es ist Zeit, das zu erkennen. Es ist Zeit, wirklich Schritte zu tun in deinem Bewusstsein. Meinst du nicht? Denn es ist alles da. Alles ist absolut da. Und du bist nicht da, weil du diese Matrix, dieses System, dieses Hamsterrad noch gefangen bist. Und solange du dort bist, es ist kompliziert, es ist nicht so leicht, es ist ganz schwer, ja. Man hat es nicht so einfach im Leben, so sagen die Leute. Aber in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Es ist nämlich sowas von einfach. Wenn du das Wissen hast, wenn du lernst, Verantwortung zu übernehmen, 100% Verantwortung, wo du nicht mehr oberflächlich lebst, wenn du wirklich deine negative Programme gelöpscht hast, deine Jokaden, deine Kernglaubenssätze über das Leben, über das Geld, über Reichtum, denn Millionär sein sollte dein Ziel sein. Dass du wirklich alles hast, denn deswegen bist du doch gewonnen, um wirklich alles zu haben hier auf der Erde. Alles materiell, aber alles geistig auch. Du sollst hochspirituell sein, aber auch hochmateriell. Deswegen bist du doch hier. Oder glaubst du, dass du wirklich da... Du merkst vielleicht deine Konditionierung, lass es vielleicht nicht zu. So wie du hast, so deine Art des Denkens, so wie du denkst, es lässt nicht zu. Wie Millionär kann jeder Millionär werden, fragen mich immer die Leute. Nein, weißt du nicht, nein, nein, das kann nicht jeder, nur ich kann das. Ich und Bill Gates und ja, nur wir können das. Du, und genau das musst du merken, du wirst programmiert worden. Dir wurde gesagt, dass du das nicht kannst, dass du dir gar nicht wert bist, dass du gar nicht intelligent bist und was weiß ich was. Du musst erkennen, du hast Programme, negative Programme, Konditionierungen. Das heißt, du bist immer noch in diese Matrix gefahren. Denn Millionär sein sollte wirklich dein Leben sein. Jeder Mensch sollte wirklich Millionär sein, damit er alles hat. Deswegen bist du doch hier. Alles zu haben. Das ist das Schöne. Du bist doch hier, um alles zu haben. Um wirklich dein Leben zu leben, dass du sagst, wow, das ist so geil, ich lebe mein Leben. Und dass du dich nicht mehr gefangen hältst von diesem System. Solange du in diesem System noch bist, das ist ganz schwer. Da bist du der Sklave der anderen. Du bezahlst die anderen. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Es ist Zeit, echt erwachsen zu werden. Und Schritte zu tun in deinem Bewusstsein, in deiner Evolution. Dass du zum Beispiel erkennst, wer du überhaupt bist. Wenn du glaubst zum Beispiel, dass du ein Mensch bist. Ja, solange diese Programmierung bei dir wirbt, dann bist du immer noch in der Matrix. Du bist kein Mensch. Es ist Zeit, aufzuwachen. Und wirklich dein Reichtum, dein Millionärleben in Besitz zu nehmen. Denn alles wartet auf dich. Und du bist ja nicht da. Klar, du bist ja immer noch gefangen hier. Dieses System. Also befreie dich, denn nur du kannst das. Du hast Programme von anderen übernommen. Das musst du dir bewusst machen. Und diese negativen Programme halten dich dort, wo du jetzt bist. Dann ist es nicht so leicht. Aber in Wirklichkeit ist alles sowas von einfach, alles sowas von leicht. Wenn du erkennst, wer du wirklich bist. Wenn du erkennst, wozu du hier bist. Wenn du deine Gaben, deine Fähigkeiten wieder in Besitz nimmst. Und wir helfen dir. Wir von Bewusstsein zu nehmen. Wir helfen dir in ein zwölfmonatiges Programm, damit du wirklich dieses Leben führst. In absolute Freiheit leben. Ein Millionär leben. Deswegen bist du doch hier. Wie lange noch wirst du in dieses System, in diese Kassen, in dieser Hamsterrad? Wie lange noch? Wie lange noch wirst du in diesem Mangel leben? Ständig zu schauen, wann kommt das Geld? Wie mache ich das? Wann lernst du, dass die Kunden automatisch zu dir kommen dürfen? Alles ist möglich. Und es ist für dich möglich, wenn du die Voraussetzungen schaffst. Und wir haben ein Programm entwickelt, ein zwölfmonatiges Programm, wo dir wirklich hilft, dass du deine absolute Freiheit lebst. Dass du deine Rechnung lebst. Dass du deine Aufgabe, deine Lebensaufgabe in die Welt bringst. Und so viele Menschen die Welt in die Welt erleichterst, die ja da sein. Durch deine Idee, durch deine Millionäridee. Das heißt, wir entwickeln mit dir deine Millionäridee. Das, was wirklich vielen Menschen helfen kann. Schau dir die ganzen Milliardäre, die ganzen reichsten Menschen wirklich der Erde. Die haben alle mit ihrer Idee. Zum Beispiel schau dir Facebook, Google, Amazon. Die haben mit ihrer Idee wirklich viele Menschen geholfen, sich zu vernetzen. Viele Menschen geholfen, ein besseres Leben. Heute kannst du alles zu Hause bestellen. Zum Beispiel durch Amazon. Ist alles erleichtert worden. Da musst du nirgendwo hinfahren. Ist einfach. Oder Kugel, da kannst du alles kugeln. Und bekommst du die ganze Information. Das heißt, alles ist erleichtert worden. Und trotzdem bist du immer noch gefangen in diesem System. Weil du noch nicht die Verantwortung übernimmst. Für dich selbst. Für dein Leben. Also ich prüfe für dich, ob du wirklich bereit bist, deine absolute Freiheit zu leben. Und wir haben für dich ein zwölfmonatiges Programm entwickelt, wo du es nicht anders kannst, dass du nicht erfolgreich bist. Das geht gar nicht. Wenn du das Wissen bekommst, wie gesagt, hast du nicht anders, als wirklich dein Traumleben zu leben. Denn deswegen bist du hier. Also wenn du wirklich bereit bist, dein Traumleben, dein Millionärleben, wirklich bereit bist, auch 10.000 Euro und noch mehr im Monat zu verdienen. Deswegen bist du doch hier. Jetzt musst du aufhören, diesen Mangel zu leben. Wie lange willst du das tun? Wie lange noch? Es muss aufhören. Sei es dir wert, dich zu leben. Und deine Gaben, was du hast, deine Fähigkeiten. Und die machen das mit dir alles, Schritt für Schritt, zwölf Monate. Wir programmieren dein Gehirn wieder, so wie es richtig sein soll. Weil du bist, du musst erkennen, du bist umprogrammiert worden. Du bist Gehirn gewaschen. Und diese Programme, diese Matrix hält dich da fest. Deswegen bist du noch nicht frei. Deswegen lebst du noch nicht deine absolute Freiheit. Und es ist Zeit, wirklich daran zu packen, um dich zu verändern. Das heißt, deine Denkweise zu ändern, deine Programme zu ändern, deine Blockaden zu löschen. Denn solange du diese Blockaden noch hast, diese Konditionierung, ist es ganz schwer, ganz klar. Auch wenn du das löst, ist es ganz einfach, so wie das Leben gemeint ist. Willkommen im wahrer Leben. Ich bedanke mich also bei dir und ich höre von dir. Dankeschön. Ciao.